Herzlich willkommen, lieber Steinbock. Ich möchte für dich einmal schauen, was deine nächste Kalenderwoche für dich bereithält, was wir da schon sehen dürfen an den Energien mit den Tarotkarten. Die Kalenderwoche beginnt am 3. und endet am 9. Juli. Oh, das ist sehr schön. Und bitte denk dran, ich sehe immer nur die Energien und keine konkreten Ereignisse. Das hier ist was sehr Schönes, was wir auf dem Tisch liegen haben. Das wirkt hier sehr schön. Wir haben hier Wohlwollen, Großzügigkeit, sich mit anderen Menschen zu umgeben, vielleicht auch Menschen, die man so noch nicht kannte. Hier haben wir ein mit offenen Armen empfangen werden. Es wirkt tatsächlich auf mich, wenn ich jetzt mal ein Beispiel finden könnte, ist vielleicht ein Auslandsurlaub, wo man viele neue Menschen kennenlernt, viele neue Kulturen, versucht da möglichst offen drauf zuzugehen. Kann aber auch sein, ich sage mal, neuer Arbeitsplatz oder so. Auf jeden Fall habe ich hier sehr viel Gesellschaft und Menschen, die wohlwollend ohne Hintergedanken einen empfangen, beziehungsweise du diese empfängst. Kann auch sein, dass du hier neue Menschen kennenlernst in deinem Freundeskreis oder vielleicht eine neue Liebe. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind hier sehr viele gesellschaftliche Emotionen und Schwingungen mit drin. Also wirklich Menschen, die man kennenlernt und denen man sich zuwendet und die auch mit offenen Armen begrüßt. Okay, kommen wir nochmal zu den beiden Karten hier. Wir haben hier eine Last, aber diese Last hat sich gelohnt. Das ist eine ganz wichtige Aussage. Und diese Last wird bald vorbei sein. Vielleicht fühlst du sie noch so am Anfang der Woche. Vielleicht gab es irgendwie auch eine Arbeitsbelastung, die besonders anstrengend war in den letzten Wochen, Monaten. Das wird aber vorbei sein. Das ist das Schöne bei der Sache. Es fühlt sich wieder lebendiger an. Man fühlt sich wie befreit. Als ob diese Steine von deinen Schultern plötzlich runterfallen und du denkst, ja, ich habe wieder Zeit, ich habe wieder Kraft, um rauszugehen und Menschen zu treffen und gesellschaftliches wahrzunehmen. Vielleicht eine Party wahrzunehmen oder so. Ich habe das Gefühl, hier fällt etwas von deinen Schultern und es fühlt sich wirklich wie ein Befreiungsschlag an. Auch diese Karte zeigt immer eine gewisse Lebendigkeit. Ich war wie begraben, ich war wie verschüttet. Es hat sich wie tot angefühlt. Es ist auch so eine Karte, die Lebenden kommen, oder Quatsch, die Gestorbenen kommen zum Leben im Sinne von jüngstem Gericht. Und dieses Eingeengtsein im Sarg, dieses zeigt auch das hier so ein bisschen an. Aber das natürlich im übertragenen Sinne. Mir ist klar, keiner von euch ist lebendig begraben. Es wird sich wahrscheinlich aber so anfühlen und das wird in dieser Woche aufhören. Und ihr kommt wieder in die Lebendigkeit, da kommt wieder Schwung rein. Ihr habt Lust, Leute zu treffen, Leute kennenzulernen und mit offenen Armen zu empfangen. Eine sehr, sehr schöne Legung, lieber Steinbock. Ich hoffe, du nimmst das wahr. Nicht im dunklen Keller einsperren, immer schön das Leben leben, rausgehen und auch den Menschen die Gelegenheit geben, euch kennenzulernen. Und dann wird das hier eine sehr schöne Woche mit vielen Menschen um dich herum, die du genießen darfst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.